Einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute ist der Silvestertag, der 31.12.2023 und es ist nicht mehr lange hin, dann gehen wir in das Jahr 2024 rein. 0 Uhr ist es soweit, Sie werden es sehen, ganz Deutschland wird wieder böllern, der Nachthimmel wird ganz, ganz hell sein. Überall werden die Leute total ausgelassen sein, feiern, die Sektkorken werden knallen und das nehme ich natürlich auch mit, ist ganz klar. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles, alles Gute, Gesundheit, vor allen Dingen aber auch Lebensglück im Jahr 2024 und auch gutes wirtschaftliches Fortkommen und für unsere vielen Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland super Renten und natürlich auch einen wirklich glücklichen Ruhestand. Meine Damen und Herren, feiern Sie bitte heute mit Ihren Familien, mit Ihren Freunden. Das ist heute ein ganz wichtiger Tag, der 31.12.2023. Das Team von Rentenbescheid24.de wünscht Ihnen alles, alles Gute.